Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Genunz. Sind die Damen jetzt schon komplett? Und wir bieten jetzt auch das zweite Lied. Das Lied heißt Stößen in dem Dorf Bombo. Das ist ein Name eines Dorfes. Das ist in einem Hochland in Mitten-Vietnam. Und damals hat die Dame diese Stößen benutzt, um die Reisernte zu erhanden. Um den Tag zu unterstützen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020